Hallo, es geht weiter mit Monster Under Rise und dem Schwerer Schild, oh ja, wieder. Einfach, weil ich mir jetzt endlich eins gemacht habe und in letzter Zeit so wenig davon gespielt habe. Und dieses Mal, wie man es sehen kann im Titel oder sonst so auch, eine Doppel-Quest gegen Mizuzune und Almudron. Und ich mache jetzt sogar einen Cut, die ein bisschen weiter weg sind. Dann sehen wir uns gleich beim ersten Gegner. So, los geht's gegen den Almudron. Dann haben sich die Leute wohl entschieden, ihn zuerst zu kämpfen. Momentan sind wir noch zu dritt, weil eine Person AFK ist. Aber der gute Eide ist schwer, hat halt einfach gesagt, hey, komm noch in die Quest rein. Du willst ja auch Belohnungen haben. Boom. Und wir machen gerade, ja, ganz schön gut Damage. Boom. Ach, ich liebe es. Ich liebe es, ehrlich, ein Schwerer und Schild zu haben. Oh, tschüss. Oh, okay. Ein Schwerer und Schild zu haben, das halt super ist. Das tatsächlich Schaden macht, weil mein bestes Schwerer und Schild war halt so ein Feuerelement schwer, das glaube ich gerade mal 160 Schaden oder 140 Schaden gemacht hat und halt so um die 30 Feuer rum, was halt im Vergleich zu den 200 Angriften, die ich jetzt habe, nichts ist. Also ja, ich freue mich. Jetzt brauche ich noch, jetzt brauche ich noch ein gutes Jagdvorn. Dann, dann. Und dann noch ein paar, eine leichte, eine leichte, ein leichtes Bogengewehr und das und das. So bleibe ich auch noch ganz viel. Und boom. Was? Und nochmal die Luft. Boom. Das war nicht mal geplant. Der erste. Ich mache immer. Oh shit. Ich mache immer nach dem, ähm, nach dem Schild-Dash, will ich eigentlich ganz normal zurückküpfen. Für diese coole Kombo. Aber manchmal mache ich dann, hüpfe ich dann zurück und lade auf, weil ich, äh, zu spät nach vorne drücke. Da muss ich noch drauf achten. Ähm. Okay. Hallo. Oh. Hallo. Oh, da hat sie ihn erwischt. Aber Almut drin muss aufpassen, der kann ganz schön Damage reinhauen. Oh. Pau mal. Boom. Wie aber auch. Und. Geblockt. Boom. Für extra Damage. Voll nice. Ich muss mal schauen, ob er da ist, kann ich mal eine Kombo machen. Oh. 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 Ah. Okay. 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 Er hat also so einen Angriff. Den kann ich bisher noch nicht. Der ist mir neu. Ich weiß gar nicht, ob er den im Lowering auch schon hatte. Huch. Oh. Was war das denn? Warte, ist es normal? Habt ihr das gesehen? Ich glaube. Ach ja, weil der Hund die die Wasser angenommen hat. Gibt es manchmal kleine Legs. Aber damit muss ich klarkommen. Ich habe da Luft weggeballert. Als ob. Okay. Hallo? Nicht mit mir. Ich glaube, der Ball kriegt extrem viel Damage. Wenn man den tatsächlich erwischt. Oh. 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 Das war's, Torsten. Huh. Angreifen. Was mache ich dann? Huh. Vorsicht. Was machst du denn? 103 Damage. Der Ball kriegt ja mal massiv Schaden. Oh. Ich habe gehofft, dass ich encounter, wenn er gerade irgendwas gemacht hatte. Da 100 Schaden. Nicht schlecht. Oh. Gut. Das ist ein Doppelquest. Das heißt, der müsste eigentlich weniger Leben haben. Eigentlich. Ich bin die Frage, ob das auch wahr ist. Oder ob das hier in Arise etwas anders geregelt ist. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, Doppelquest. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich dafür gesorgt hat, dass die weniger... Ey. Nicht abhaun. Dass die weniger Leben haben. Oder ob es einfach nur bei mehr als zwei MonsterQuests so war. Oh, schade. Gut, aber das Timing nicht allzu gut. Oh, es brennt. Aha. Er macht seine Türmchen. Ah, okay, okay, okay. Die Schlammdinger blocken das schon mal nicht ab. Gut zu wissen. Oh, der kann ganz schön Damage machen, ja? Nicht übel, ein Mudron. Übrigens auch ein sehr cooles Monster, muss ich sagen. Ich bin echt happy mit ihm. So, komm mal her, komm mal her. Ich will dich... Hey. Ich will eigentlich countern. Aber notfalls... Hau ich einfach so aufs Gesicht. Boom. Nullbären wäre jetzt cool. Sollte ich eigentlich... Ich sollte mir anfangen, Item-Sets zu machen. Ich habe noch keine, weil ich... Oh. Cool. Ich habe noch keine. Weil, keine Ahnung. Normalerweise mache ich die recht früh, aber ich habe hier noch nicht das Gefühl gehabt, in irgendeiner Weise Probleme gegen die Monster zu haben. Und dem her... Ja, habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Und ey! Schau mal, wer... ein bisschen paralysiert ist. Boom. Fatz, fatz, fatz. Und... Zack, zack. Und... Nochmal hinterher. Tschüss. Tschüss. Och ne, der hat gar nicht gehabt. Oh, ach. Der Angriff ist echt fies, ja? Ich weiß gar nicht, wie man da so am besten ausweichen sollte. Au, 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 au. Das ist das Spaß-Element. Wo waren die die Nullbären? Keine Ahnung, aber hier ist immerhin ein Eis-Käfer. Den können wir auch verhinden. Ne, was? Äh, Schlamm-Käfer. Okay. Auch nicht schlecht. Och, ne, 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 nicht mit mir, nicht mit mir. Oh. Ich habe echt keine Ahnung, was das macht. Oh. Bist du was? Oh, jetzt schon hier... Draußen, dann können wir... Oh. Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Dann können wir zu Misuzune gehen. Und der auf die Fresse geben. Und dann mit der weiter reiten. Oder ihm, nicht der. Brr. Geschlechtsverwechslung hier. Hallo. Boom. Und was? Los, Schlamm. Oh. Oh, shit. Laserstrahl. Boom. Boom. Das macht halt schon irgendwie Spaß. Auf den Monster zu reiten, teilweise. So, wunderbar. Ah, jetzt habe ich den... Ah, ich bin dumm. Eigentlich hätte ich das nicht machen sollen. Sondern einfach, äh, auf mir so zu ne drauf werfen. Äh, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich war jetzt einfach nur noch hier im aufgeladenen Modus, mehr oder weniger. Und dachte mir, okay, jetzt muss ich das noch richtig timen. Aber hey, oh, Vorsicht. So, jetzt. Eigentlich sollte ich nicht gegen dich kämpfen. Eigentlich sollten wir zum Almodron. Da haben die anderen schon recht. Komm her, Doggo. Wir gehen spazieren. So, wunderbar. Kurz noch mein Ohr kratzen. Das juckt nämlich. Was man als, als Jäger so alles nebenher machen muss, ja? Schweres Leben. Almodron. Komm her, es gibt Stress. Aber mich so zu, dass ich jetzt schon mal vorgeschwächt bin. Das ist immer nur etwas. Oh. Oh. Oh, wow, wow. Damage ist nicht übel. Ich will. Oh, okay, okay. Ich habe die Affinität noch bekommen. Von dem Bogenbuff. Was man gesehen hat. Okay. Da wollte ich jetzt tatsächlich versuchen, den Konto zu benutzen. War aber wohl nicht schnell genug. So. Ach, nicht abhauen jetzt. Och, wie fies. Na gut, dann ist mein Shuri. Shuriuken hat dich halt jetzt nicht getroffen. Ich scheine wohl gerade allgemein nicht zu treffen. Dann machen wir das so. Mangel auf. Der guckt gerade voll mit Absicht von mir weg. Nicht in meine Richtung. Das ist ein richtig fieser. Oh, Vorsicht. Ganz schön, ganz schön. Döse. Boom. Das Gesicht. Ja, du. Fatz. So, Almutron müsste. Ist er schon? Ist er schon? Geschwächt? Komm schon. Boom. 148 auf den Ball. Nicht schlecht. Ich glaube, er ist noch nicht am Humkeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch... Ach, komm schon. Halt zu lang aus. Halt. Dau, wau, wau. Dieser Ball haut extrem rein. Ich komme ihm gerade absolut nicht hinterher. Das stört mich. Komm schon. Und? Und? Ah, nee. Jetzt hat er den Ball nicht da gehabt. Schade. Oh, aua. Ja, heim. Ach, jetzt kommt er den Ball nicht angreifen. Dein Arm will ich eigentlich nicht angreifen. Hä? Was hat mich denn gerade in der Luft weggeballert? Interessant. Interessant. Oh, oh, oh. Vorsicht, Vorsicht. So. Müde ist er und ich glaube, er ist jetzt auch am Humkeln. Also und links ist das komische blaue Gesicht. Das jeder so gerne sieht. Boom. 148 Schaden. Wenn wir ihn noch einmal karubel kommen, wäre das natürlich super. Aber... Vermute es nicht. Oh. Nein, war mein. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Boom. So. Oh, er ist dort. Okay. Wunderbar. Damit haben wir den Almutron erledigt. Dann fehlt er noch auf mich so zu, ne? Ganz oben links. Ich glaube, damit nutze ich dann doch das Lager. Um das zu laufen, wäre mir dann vielleicht doch etwas zu viel. Ah ja, hier. Erste Doppelquest, die ich mal aufnehme. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, wie ich es mit dem Thumbnail mache. Und dann auch noch gegen zwei richtig coole Monster. Und ich muss sagen, ich bin immer noch der Meinung, Almutron ist so ein bisschen abgeänderter Misuzune. Ich meine, die Angriffe sind komplett anders, ja? Aber so vom Design her, als wäre das so eine Art Schlamm-Misuzune, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Oh, Havala. Nein, ich bin immer drunter. So. Also, Almutron ist schon eine coole Sache. Misuzune sowieso. Und die, die... Wenn man so halt... Den Körperbau an sich anschaut, ja? Dann sind da schon Ähnlichkeiten. Oder bin ich verrückt? Was meint ihr? Vielleicht, finde ich, bin ich auch einfach nur der Einzige, der so denkt. Und einfach doof ist, aber hey. Ich habe... Oh, ich bin... Ich hätte schwören können, ich habe auf die Ration gedrückt. So. Also. Ich glaube, einige Leute haben auch Elektrowaffen dann mal. Die sind natürlich gegen Misuzune noch mal ein Stückchen besser. Also könnte Misuzune noch schneller gehen. Oh, Vorsicht. Und? Oh, ich habe irgendwas geblockt. Ich weiß noch nicht, was. Aber es hat funktioniert. Ich glaube, ich habe da noch mehr Schaden gemacht. Hallo Misuzune. Aber ich wollte Rollen, schade. Okay, das war jetzt nicht gut. Ich bin zum Glück noch nicht verblasst, aber der Blasenstatus in dem Spiel ist extrem nervig. Ich finde mich wirklich übel. Ich weiß nicht, warum. Gefühlt ist er... Also... Man kann sich ja noch bewegen und alles und bla bla bla. Beim... Beim anderen Spielen, da war das nicht mehr so einfach möglich. Also von dem her... Oh. Krass. Von dem her müsste es ja weniger schlimm sein. Aber das Gefühl ist er doch irgendwie etwas schlimmer. Und Kao. Alles ob. Oh. Jetzt wurde ich zurückgestackert. Aber gar jetzt... Kriege ich mal die Kombo raus, hoffentlich. Und? Boom. Und nochmal hinterher. Ich habe sogar irgendwas gekontert. Fuck. Aua. Na du, wie so zu, ne? Das sieht momentan so aus, als hättest du keine Chance. Uh. Wer ist denn da? Oh. Und jetzt kann man es reiten. Okay. Ja, ich hätte es davor schon machen müssen. Dann hätten wir dem Almutro noch mehr Damage reinhauen können. Habe ich natürlich nicht... Ja. Ich bin ganz so gut aufgepasst in dem Moment. Aber hey. Es gibt Schlimmeres. Ah, okay, okay. Er kann ja noch geritten werden. Okay. Was war denn dann? Es gab noch irgendein anderes Monster. Das wurde doch geritten. Dann ist Nagakuga aber noch nicht lange hier. Kann das sein? Das bin ich mir unsicher. Oh. Das... 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 Das Geräusch von Misuzune, wenn es erwischt wird, erinnert mich gerade aus irgendeinem Grund an irgendwelche komischen Viecher aus Star Wars Battlefront. Sehr komisch hört sich das hier an, ja? Falls ihr aus irgendeinem Grund wisst, was ich meine, dann... Dann... Dann hab... Dann wisst ihr Bescheid, ja? Dann wisst ihr genau, was ich meine. Dann seid ihr bestimmt auch der gleichen Meinung. Aber ich weiß nicht, warum. Warum mir das gerade jetzt in den... in den Kopf hier steigt. Aber ey... Was auch immer. Aber wieso zu, ne? Oh. So, jetzt Kombo. What? Boom. Oh, 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 oh. Uh, 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 uh. Vorsicht. Oh, na, 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 na. Nicht in meine Richtung. Tum. Huh. Da war die Wand etwas im Weg. Da hast du dich komisch, bewegt mir so zu, ne? Komm her, Crater Dog. Wir müssen schärfen. Oh. Oh, oh, oh. Ach ja, mir so zu, ne? Ist schon ganz cool. Wurde... Oh. Habe ich ja schon in der Demo damals erwähnt. Wurde... ... 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 Es geht ja richtig ab. Uh, monstert hier. Oh, und... ... Und, nein! Nicht der... ...Kopfleider verschoben. Egal. Kann nicht immer alles funktionieren. Boom. Oh, nein, ich bin verblasst. ich will den zeitgeber okay 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 dieser blasenmodus übel es kommt halt alles auch nur irgendwie verspätet raus und so ach jetzt kommt das nächste monster das stressen alles klar alles klar ja dann dann warte ich hier und dann verprügelt verbrügelt er anscheinend auch einfach so wie mich so zu dass ich noch wären oder oder kommt da nichts mehr was ich weiß nicht dass wir gleich wieder in den blasen status verfallen ich kann jetzt noch ein bisschen auf den schweif gehen dann darf ich aber nicht den schildberg machen was bringt es eigentlich viel vergift ich mir so zu da auch noch weil ich glaube ein schildberg macht nicht wirklich gift schauen oder nichts schaden sondern halt gift status mir gerade gar nicht so sicher jetzt wollte der anscheinend gar nicht geritten werden ja da wohl kein bock gehabt beziehungsweise wieso zu hat kein bock gehabt ja gar nicht angegriffen er hat sich einfach verprügeln lassen war das wohl egal er war müde ja wo ich kann mich nicht wehren ich kann nicht um mein leben kämpfen ich bin müde ich hab nix gesagt ich hab nix gesagt alles gut ja auch wiesen die ist der gerade geschwommen geschlittert was auch immer ich hab immer noch den gerrassen drin da sieht man wie kassel gerade gegen diese zu bekämpfen keine chance nein nicht mit mir und nein ok da wurde ich in der luft erwischt kann ich jetzt wohl weiterhin ich habe aber hier habe ich nicht doch so eine gesehen gerade die die anti dopa ist super geil was die so alles entfernt ist echt toll wenn ich das jetzt sehen vermute ich gleich noch k.o. jetzt wurde ich wieder gestackern also mit dem mit der donnerpest weißt du lang genug da ist außer misuzone ist jetzt hier hat ist kein bock und um und easy gut ist was dann ich auf den schweifen dann schauen wir mal habe ich dir noch irgendwie abbekommen ich bezweifle ist ja irgendwie okay okay besiegt ich habe hier gelernt auf jeden fall unbeeindruckt mit reinholen hätte ich schon früher machen sollen aber hey ich habe davor meistens andere waffen benutzt und boom zweimal zu besiegt easy peasy recht flott sogar und nämlich so eine platte wunderbar jetzt noch ein edelstein mehr cool und dann schauen wir uns kurz noch die belohnung an danach beende ich diese folge ist gott aber der beschreibung könnte natürlich auch mal mitspielen wenn er wollte und abonnieren wir natürlich super nice wenn ihr denn möchtet wenn ihr denn lust habt weitere videos zu schauen so animation skip komm schon komm schon gib mir gib mir juwelen oder edelsteine schade naja man kann nicht alles haben dafür eine belobigung nicht schlecht so das war's aber jetzt mit der folge ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal ciao